Willkommen zurück bei Prince of Persia. Witzigerweise steht ja da unten, erlange eine neue Zeitkraft, einmal mit Mut und einmal mit Intelligenz. Wo ich mir denke, ich glaube wir sind gerade bei der Intelligenz. Und guck mal, wie intelligent ich bin. Ich bin vor allem so intelligent, nicht gerade vergessen, noch mal ein Headset aufzusetzen. Genau, interagieren mit dem Letzten. Erstmal gucken, wo, was muss ich eigentlich tun? Na, ich muss das mal eben. Ich bin etwas verwirrt. Ja, ich bin da die ganze Zeit unten. Ich bin ja auch richtig schlau. Jetzt habe ich eine Vision abge... Ja, ich habe gerade aus Versehen. Stell dich mal da drauf. Und bleib mal da drauf. Ähm... Okay, wie mache ich das denn jetzt am besten? Scheiße. Okay. Ich verstehe. Ähm... Dann, wenn ich oben... Dann gehe ich runter und gehe rein. Okay, vielleicht war es zu schnell zweimal hintereinander. So. Und jetzt. Nein! Das geht ja gar nicht. Das Tor geht ja zu. Aber wie mache ich das denn, wenn das Tor zugeht? Von der Seite komme ich auf keinen Fall dran. Von der Seite komme ich auf keinen Fall dran. Wie mache ich das denn? Achso. Nee. Wie, 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 wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn? Also der Punkt ist, wenn ich... Jetzt hier bin. Ich weiß nicht. Das war super dumm. Wie komme ich? Aber das war auch total dumm. Nee, nee, nee. Das reicht niemals. Ach, wirklich, mein... Ach. Was übersehe ich? Ich meine, ja, zurückspulen, hin, her, hi, ho, hi, hot. Das ist relativ egal. Oh, okay. Woran merke ich das? Ungefähr, ungefähr, wenn ich dann da hochspringen bin. Also jetzt... Es ist... Was übersehe ich? Was übersehe ich? Was übersehe ich? Hier komme ich nicht dran. Ich muss theoretisch... Es muss schon so ungefähr sein, wie ich das vorhabe, aber... Okay, vielleicht schaffe ich es mit Pfeilen. Warum habe ich das jetzt gemacht? Das ist total dumm. Ich sollte das nur ein... Nein, ich sollte das nur ein einziges Mal machen. Ach so, erst mal. So. Keine Ahnung, ob das jetzt... Also... Ob mein Plan überhaupt funktioniert. Okay. Ich habe... Das war tatsächlich gar nicht mal verkehrt. Ich habe nur viel zu lange... Also das heißt, es war nicht verkehrt. Vielleicht gibt es auch eine wesentlich schlauere Möglichkeit, dass... fucking... Genau. Genau. Gut, dass wir mal gesprochen haben. Ich würde tatsächlich sagen, ungefähr bei sechs Sekunden. Okay. Warte mal, wird mir eigentlich eine Zeit angezeigt im dritten Durchlauf? Ja, wird es. Oh, fuck. Ich... I'm... Is there another solution? I don't know. Is it? Is there? Ich versuch's bei sechs Sekunden und entweder das klappt dann oder das klappt dann nicht. Aber ich hätte nicht... Okay. Let's try that so long until it's working somehow. Das war zu lang. Ich sag doch, es war zu lang. Ich sag auch noch, es war zu lang. Oh, fuck off! Fuck off! Ich weiß nicht, ob das zu lang war. Keine Ahnung. I don't know. Maybe it was, maybe it was not. Oh mein Gott, ich hab's... Oh, verdammt! Ja! Oh, finally! Gab's dazu eine einfachere Lösung? Ich weiß es nicht. But finally! Fucking finally! Ach, es gibt noch eins? Oh mein! Yay! Auf geht's! Bitte nicht noch so'n Ding. Bitte, bitte, bitte nicht noch so'n Ding. Oh, da ist die Feder. Please, just give it to me. Keine Ahnung, was für eine Fähigkeit wir bekommen. Doppelsprung, irgendwas, oder höher springen, oder irgendwas, irgendwas, something. Please. Please, give me something good. Hellsicht. Äh, ermöglicht es, Sagan an Paralleldimensionen zu betreten und Elemente erscheinen verschwinden zu lassen. Wechseldimensionen mit R, drücke R und zurück. Wey! Was ist das denn hier? Was? Ach, da hab ich doch aus Versehen... Jaja, da hab ich aus Versehen ein Ding gemacht. Mach ich gleich noch weg. Äh, das heißt, ich kann jetzt hier in diese Paralleldimension... Ist das irgendwie begrenzt von irgendwas, oder? Kann ich jetzt die Glocken einfach ignorieren? Der Punkt... Moment. Ich muss doch eigentlich auch noch nach... Mir fehlen noch zwei... Also hier ist noch irgendwas und da ist noch irgendwas. Ich würde jetzt gerne einmal runter. Im besten Fall kann ich jetzt hier unten irgendwas... Tun. Okay, hier ist einfach nur... Ja, da hätte ich auch schon vorher gekonnt. Was ist da unten? Äh, kann ich das wegmachen? Oh ja. Und das ohne... Fuck. Ich hab doch noch... Ich hab doch noch... Mh... Das ist echt unfair, äh... Ich bin... In der Lage hier abzukür... Ke... Abzukürzen. Alter! Ich bringe mich hier... Ich werde mich jetzt hier umbringen. Eindeutig. Puh... Das war knapp. So, hier war ich schon. Ja, Moment. Wo komme ich denn hier wieder? Ich würde hier gerne weg. Wie komme ich denn hier wieder weg? Ich war... War ich hier unten schon? Ja, ne? Ja, das habe ich schon. Aber wie... Wie... Wie komme ich denn wieder hoch? Achso. So... So... Ich würde gerne noch da oben hin. Ohne mich vorher im besten Fall umzubringen. Scheint aber jetzt aktuell ziemlich schwer zu sein, mich nicht umzubringen. Äh... Ich muss einmal kurz zu dem, äh... Baum bitte. Andernfalls... Kill ich mich nur selbst. Da hoch. Runter. Hoch. Höher. So... Oh shit! Okay... Ist ja jetzt sauer auf mich, oder was? Was? What happened? Okay. Ich brauche die Glocken jetzt nicht mehr. So viel ist sicher. Jetzt will ich auch kurz... Und... Ich muss hier runter. So... Und hier... Oder hätte ich auch vorher schon hingehen können, glaube ich. Ah! 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 Ich glaube hier konnte ich schon vorher hin. So... Ah! 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 Ich weiß ja, dass da nichts mehr ist. Aua! Hier ist nichts, Leute. Verarscht mich. Okay. Na gut. Dann ist da wohl nichts weiter. Dann ist das hier ja fertig. Na toll. Würde ich gerne zurück. Kann ich hier überhaupt zurück? Oh! Das war knapp. Da war ich ja schon. Ja, da war ich schon. Wirklich jetzt. Okay. Wirklich jetzt. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt gegen den Typen mal kämpfen kann. Oder... Ich habe immer noch keinen Schlüssel. Die Frage ist, kann ich jetzt was mit ihm... Ah! Also kann ich ihn jetzt... besiegen? Wo wäre das denn? Wo wäre das denn? Hier ist ja dieser... Hier ist das Gefängnis. Was ist hier? Da will ich hin. Das ist rechts von mir. Da will ich gerne hin. Oh shit. Okay. Den brauche ich gar nicht mehr. Irgendwie nach oben will ich. Oh, der Sound ist richtig schlimm in der anderen Dimension. Äh... Der Sound ist richtig schlimm. Der Sound ist richtig schlimm in der anderen Dimension. Aber ja, da muss ich mich immerhin nicht mal um diese ganzen Glocken bemühen. Hier war aber auch... Ja, hier ist nichts mehr. Irgendwas war da wahrscheinlich mal. Aber ich habe es schon eingesammelt. So, jetzt will ich runter. Da ist ein Baum. Wow! Was war das? Was war das? Was war das? Ich habe keine Ahnung, was das ist, was da gerade auf mich geschossen kommt. Also... Hier... Hey... War ich schon mal? Fragezeichen? Ja, scheinbar. Keine Ahnung. I don't... Äh... Keine Ahnung. Achso. Das sind diese Dinge. Okay. Cool. Toll. Freut mich. Und was mache ich jetzt hier? Und was kann ich jetzt hier machen? Hier ist ja... Hier ist ja nichts. Muss doch irgend... Irgendwas muss doch hier sein. Aha. Dankeschön. Ich habe mich gerade schon beschweren. Naja, immerhin. Ein bisschen stuff. So, jetzt würde ich einmal kurz nach hier gehen, weil da hinten ist auch noch irgendwas. Über mir ist auch... Über mir ist auch... Oh Gott. Okay. Das Problem ist, es ist halt diese... die R3-Taste. Okay. Geld... Geld... Nämlich... Nämlich alles sehr gerne mit. Hier geht sogar noch weiter. Was ist das da für noch? Was ist das da für ein Raum? War ich da schon drin? Ja, muss ich. Oh, hier gibt es ein Sandgefäß, oder wie das Ding heißt. Oh, hier gibt es ein Sandgefäß, oder wie das Ding heißt. Das ist aber alles hier? Anscheinend. Okay. Ja, ich meine... Ist ja okay. Ist ja gut. Ist ja nett. Da unten geht es nicht weiter. Wir gehen wieder zurück. Ei, 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 ei. Theoretisch ist da oben aber noch irgendwas. Jetzt weißt du nicht, wie ich da dran kommen soll. Ja, da oben ist noch was. Da würde ich gerne hin. Achso, das ist einfach nur zum Überspringen. Hä? Wo bin ich jetzt? Scheiße. Hätte ich aufgepasst. Wo bin ich? Ach, jetzt gehe ich hier runter. Warum denn das? Wollte ich das? Nein. Was? Okay. Ähm. Äh, äh, äh. Doch, runter ist auch okay. Ach du Scheiße, jetzt bin ich hier. Wenn ich hier... Ich hoffe, ich bin hier richtig. Hier war doch auch mal der... Warte mal. Hä? Mach ich nicht auch mal dieser Gesicht, äh, Hörlose? Ne, weiß man. Keine Ahnung. I don't know. Obwohl, weißt du was? Doch, das machen wir. Zack. Teleport. Und zwar bitte in die Zuflucht. Weil ich möchte meine Waffen aufleveln. Ich möchte gerne Sachen kaufen. Ich möchte gerne dies tun. Ich möchte gerne das tun. Ich weiß, ich hab, äh, dadurch, dass ich jetzt Waffen aufleveln werde, werde ich nicht genug Zeug haben, um... Ach, warte mal. Vielleicht doch. Schön, dich zu... Du hast keine Prüfung für mich? Es gibt auch nur noch eine. Das macht mich ja traurig. Aber ich muss, äh, der Wichtigkeits halber gehen. Willkommen. Und der Wichtigkeits halber... Och, Xerxes Münze auch gut, aber brauche ich nicht. Ich hätte gern das hier auf jeden Fall. Ähm, Kais und Layla plus zwei. Problem an der ganzen Geschichte. Jetzt kann ich mir das Trunk-Upgrade... Äh, das Trunk. Das Trunk-Upgrade auch nicht mehr kaufen. Weil das kostet ja irgendwie 2.500. Mit einer Erhöhung. Ja, jetzt brauche ich noch mehr. Klar. So, was ist denn mit der Händlerin? Die könnte... Habt ihr auch noch was? Willkommen. Genau. Das kostet mich halt 2.500. Das heißt, da muss ich jetzt noch mal ein ganz klein bisschen sparen. Das werden wir tun. Wir können anscheinend da unten auch noch mal so ein Sandgefäß abgeben. Vielleicht kriegen wir dadurch noch mal... Ja, 400 wird knapp. Ich glaube nicht, dass wir 400 bekommen. Aber vielleicht bekommen wir noch mal 50, 60. Insgesamt 100. Hey, immerhin. Das brauchen wir nur noch ein bisschen was. Ähm, was ist hier hinten unten nochmal? Das ist immer noch ein One-Way-Ding, ne? Ist es wirklich ein One-Way-Ding? Was ist denn hier nochmal? Das ist auch One-Way. Ich bringe mich gerade selbst rum, weil ich... Schade eigentlich. Dadurch bin ich hier runtergekommen, aber auch nicht weiter als das, ne? Hm. Stimmt, hier ging es auch weiter zu einem Baum. Ach, hier geht es überall zu irgendwelchen Bäumen. Ähm. Ja, da kann ich ja noch nicht... Aber ich muss jetzt auch... Ich muss jetzt auch tatsächlich dorthin, ne? Und ich habe keinen Schnellreisepunkt. Das heißt, eigentlich kann ich hier auch einfach tatsächlich weitergehen. Eigentlich kann ich hier tatsächlich auch einfach weitergehen. Einzige Problem ist, ich befürchte, ich könnte sterben. Aber wenigstens ein bisschen Leben dazu bekommen. Ich benutze so wenig, ähm, Blocken, dass ich eigentlich diese Zeitblase mal wegmachen könnte. Und dafür ein besseres, anderes Artefakt auswählen könnte. So. Ich würde sagen, es wunderte mich eh, dass ich hier nicht irgendwo mal einen... Ähm, Dingens bekommen habe. Hier, wie heißt es? Ein, ähm... Reisepunkt. Aber ja, wir machen hier einen Cut. Ich sage bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Videos. Euer Hedi. Unter templates von einem Bros. Jerry Phoner. Vielen Dank.